In der mittlerweile langen Geschichte unseres YouTube-Kanals gab es wohl kein Projekt, wo wir uns so stark mit identifizieren konnten wie dieses. Warum das so ist, relativ einfach. Wir haben unseren YouTube-Kanal ins Leben gerufen, um eine faktenbasierte Recherche zu schaffen. Es gibt sehr viele einschlägige YouTube-Kanäle, die faktisch irgendwelche Coins und Tokens und deren Projekte exorbitant in den Himmel loben, im Endeffekt aber eher auf Grundlage eines sehr ausgeklügelten Affiliate-Systems und oftmals weniger des effektiven Use-Cases, der dahinter steht. Bei den Launchpads ist es leider mittlerweile auch das Gleiche. Da geht es eher darum, was zahlen denn die Projekte, um dort gelistet zu werden und oftmals weniger um den Use-Case des eigentlichen Projektes. Und das Projekt, was wir dir heute vorstellen, Brainstarter, das hat einen Begriff geprägt. Down to Earth. Es geht darum, wirklich wieder den Use-Case, die Funktionalität, den Mehrwert eines Projektes in den Vordergrund zu bringen. Und wie das das Projekt schaffen möchte, die nötige Seriosität auch wiederum in die Launchpads zu bringen, das erfährst du jetzt im Video. Auf unserem Kanal, da findest du spannende neue Projekte, du findest News zur aktuellen Marktlage und die faktenbasierte Analyse von Scams. Wenn dich die Themen interessieren, dann lass uns schon mal ein Abo da. Und falls du ein Fan vom Zocken bist, Play to Earn, das ist ja tot. Ja, könnte man meinen, sind wir auch der Meinung, weil inflationärer Token, schlechtes Gameplay, schlechte Grafik und so weiter. Wir haben allerdings ein Game gefunden, das wirklich Potenzial haben könnte. Warum das so ist, das erfährst du hier im Video und jetzt checken wir das Launchpad. Der Kryptomarkt erlebt nach der ICO-Hochphase von 2017 einen neuen Boom. Gefühlt kommen stündlich neue Projekte auf den Markt mit ganz verheißungsvollen Use Cases, die alles revolutionieren wollen. Der Change von Web 2 zu Web 3 in irgendeiner Form positivst unterstützen wollen. Doch da kommen dann meistens die Probleme schon, bevor überhaupt der Launch stattgefunden hat. Denn gerade in einer Kryptoflaute wie die, die wir gerade haben, ja da wird es schwer für die Projekte in irgendeiner Form auch entsprechende Geldmittel überhaupt aufzutreiben. Und da kommt das erste Problem, weil da hakt es jetzt nicht mal daran, dass dann ein funktionales Produkt am Ende da auch wirklich rauskommt, sondern auch vielmehr für die Investoren, die am Ende ihres Investments mit leeren Taschen dastehen. Und genau das möchte Brainstarter ändern. Brainstarter wurde gegründet, um das Risiko für Investoren, die zu einer frühen Phase in einem Projekt einsteigen, maßgeblich zu minimieren. Jetzt stellt sich an der Stelle nur die Frage, ja und wie geht das? Das ist relativ simpel, denn da haben wir auch die Synergie zu unserem Kanal. Es geht hier nicht um die monetäre Quelle im ersten Step. Also das heißt, wie viel bringt das Projekt jetzt dem Launchpad an Geld, dass die wiederum sagen, ja da können wir auf jeden Fall einen Token Sale machen, ist bestimmt ein cooles Projekt. Sondern es wird vorab auf Herz und Niere getestet. Das heißt, es wird sich im Detail angeschaut. Gibt es einen funktionierenden MVP oder einen Prototyp? Gibt es jetzt gerade bei Hardwareprodukten in irgendeiner Form Patente? Welches Know-how bringt denn das Projekt mit? Also das Team, das hinter dem Projekt steht. Und das, das sind Fragen, die werden vom Experten-Team von Brainstarter vor dem Token Sale geklärt. Und das ist wichtig, Leute. Wenn ihr euch jetzt da mal die Expertise weiter anschauen wollt, wir haben euch in der Videobeschreibung wiederum die LinkedIn-Profile vom Experten-Team verlinkt. Checkt das auf jeden Fall mal aus. Davon abgesehen seht ihr jetzt hier wiederum entnommen aus dem Pitch Deck das Advisory Board von Brainstarter. Und die unterstützen wiederum bei der Suche nach den richtigen Projekten. Wir verlinken jetzt übrigens logischerweise auch das Pitch Deck in der Videobeschreibung. Da findet ihr nämlich außerdem auch noch ganz wichtige Informationen rund um Roadmap oder auch den Tokenomics. Aber nicht nur die strenge Auswahl der Projekte hat uns überzeugt. Es gibt noch weitere Tools, die wir sehr, sehr spannend finden. Zum Beispiel sieht es so aus, in der Regel scheitern oft Projekte in irgendeiner Phase der Roadmap. Ja, und hier geht Brainstarter zum Beispiel komplett anders vor. Denn die Funds werden nicht einfach nur eingesammelt und dann dem Projekt übermittelt. Es wird quasi in verschiedenen Trancen an das Projekt rausgegeben. Das heißt, ein Meilenstein wird erreicht. Es wird dann gesagt, okay, wir brauchen so und so viel Kapital. Und dann würden diese Geldmittel erst übermittelt und freigegeben. Und das finden wir einen sehr, sehr starken Ansatz. Denn sollte jetzt ein Projekt scheitern, dann werden die übrigen Gelder an die Investoren wiederum zurück übermittelt. Und das sehen wir mega spannend für den Investor, weil es ist schon mal ausgeschlossen, dass es einen Totalverlust gibt. Und auf der anderen Seite auch eine vollkommen richtige Herangehensweise bei frühzeitigen Projekten, über die wir hier eben gerade sprechen. Und auf der anderen Seite sind auch die Projekte angehalten, viel, viel gewissenhafter in der Ausarbeitung ihrer Roadmap vorzugehen. Weil das ist leider oft echt ein Riesenthema. Da wird halt mal was so niedergeschrieben. Da halten wir uns ganz, ganz sicher dran. Ja, und dann passiert erst mal nichts. Also Grüße an der Stelle gehen raus an die ganzen vielen Projekte, in die ich letztes Jahr zum Beispiel investiert habe. Und die bis zum heutigen Zeitpunkt definitiv noch nicht gelauncht sind. Aber auch der Brainstarter-Token glänzt mit einem brachialen Use Case. Denn die Brainstarter-Token-Holder haben wiederum die Möglichkeit, sich für einen Airdrop zu qualifizieren, kommend von den Projekten, die wiederum auf Brainstarter gelistet sind. Das reduziert natürlich schon mal den zirkulierenden Supply und erhöht somit auch wiederum den passiven Cashflow vom Projekt. Und jetzt wird es an der Stelle nämlich spannend, weil es gibt auch noch ein Gebührensystem, das es wiederum auch noch sehr attraktiv macht, den Brainstarter-Token länger zu halten. Denn die Weekends, die frühzeitig verkaufen, die haben erst mal relativ hohe Gebühren. Und diese Gebühren werden zum einen Teil geburned, zum anderen Teil fließen sie in Staking und werden somit wiederum an die Diamond Cents verteilt. Und das, das finden wir spannend. Also wenn man sich mal anschaut, zum einen die Projekte, die auf Brainstarter gelistet sind, die sprechen definitiv schon mal eine klare Sprache, aber auch eben im Gegenzug der native Token genauso. Qualität vor Quantität, Nutzen vor Hype. Das beschreibt das hier jetzt eigentlich ziemlich gut auf den Punkt, weil es leider im Cryptospace nicht mehr gang und gäbe ist. Hier schaut es wirklich so aus, die Investoren, die sagen, ich glaube da langfristig dran, die werden ab Tag 1 auch wirklich entsprechend entlohnt. Auf der anderen Seite, die, die nur die Schnellengewinner einfahren wollen, ja, die haben da erst mal schlechte Karten und zahlen da eine Menge Gebühren drauf. Und das finden wir an der Stelle auch vollkommen okay. Denn, wenn man sich anschaut, so funktionale Projekte gibt es halt leider auch nicht so viele. Anderes Beispiel, du bist auf der Suche und sagst, okay, jetzt habe ich die Kryptos, aber wie kann ich denn damit zahlen? Also wirklich mit IBAN-Anbindung, zum Beispiel Miete, Strom und so weiter. Nicht nur mit einer Kreditkarte, aber vielleicht in Verbindung damit, wo du Bonis hast, wie zum Beispiel Zugänge zu Flughafenlaunches oder sowas. Ja, wenn dich sowas interessiert, so eine All-in-One-Plattform, wo du direkt mit Krypto handeln kannst, aber auch zahlen kannst in der Fiat-Welt, ja, dann solltest du Renegade mal auschecken. Hier die Verlinkung dazu. Und jetzt schauen wir uns aber mal an, wie kannst du den Brainstarter-Token überhaupt kaufen? Das kannst du nämlich genau hier auf der Website machen, die wir natürlich in die Videobeschreibung auch verlinkt haben. Derzeit befindet sich das Projekt in der Strategic Round und die Token können wiederum, das siehst du hier, aktuell zum Beispiel zu 0,006 Dollar gekauft werden, bis hin zu 0,010 Dollar. Das TGE, Token Generating Event, wird in Q423 zu einem Preis von 0,025 Dollar stattfinden. Also an der Stelle, es ist nicht mehr lange hin. Schnell sein kann sich hier definitiv lohnen. Denn, jetzt so eine kleine Randbemerkung, in der Seed-Runde wurden bereits 360.000 Dollar gesammelt und auch zu Beginn der Strategic Round wurden bereits 50.000 Dollar eingesammelt. Wer jetzt bei dem Projekt noch weiter auf dem Laufenden bleiben möchte, dem empfehlen wir, Brainstarter auf sämtlichen Socials zu folgen. Link hierzu in der Description. Und da übrigens auch mal ein Aufruf an dich. Schreib doch gerne mal in die Kommentare, was hältst du denn von dem Projekt? Weil, also ganz ehrlich, jetzt nach den ganzen vielen Projekten, wo wir auch immer wieder hatten, ist das mal endlich wieder ein Projekt, wo wir zu 100% sagen, das finden wir geil. Da haben wir einen funktionierenden Use Case, es gibt einen Expertenbeirat, es gibt eine ausgeklügelte Tokenomics. Also für uns persönlich ist das eins der Projekte, das definitiv auf keiner Watchlist fehlen sollte. Aber wir sind natürlich auch offen für andere Meinungen. Wenn es da auch noch ein bisschen weitergehen soll, dann komm auch gerne in unsere Telegram-Gruppe, auch wenn du Fragen hast zu anderen Projekten, die wir vorgestellt haben. Auch hier ist der Link in der Description. Wir sind uns auf jeden Fall sicher, über das Projekt, da haben wir wahrscheinlich nicht das letzte Mal berichtet. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin alles Gute. Ciao.